Wie kannst du schnell und einfach Dübellöcher schließen, die du nicht mehr brauchst? Wir haben als Untergrund jetzt hier Rauffasertapete. Als allererstes sollten wir den Dübel entfernen. Wenn das nicht funktioniert, kein Problem, nehmen wir unser Cuttermesser mit einer scharfen Klinge und schneiden uns den überstehenden Dübel ab. Sei aber vorsichtig, nicht dass wir die Tapete großartig beschädigen. Wenn wir nicht ganz bündig abgeschnitten bekommen haben, nehmen wir unser Cuttermesser und klopfen den nochmal ein wenig rein, weil wir möchten keine überstehende Kante haben. Wenn wir das erledigt haben, nehmen wir unser Acryl oder wie in meinem Fall einen Leichtfüller und pumpen das ganze Loch damit voll, bis es rausquält und nehmen dann einfach unseren Finger und modellieren uns das ein wenig hin, weil Rauffaser ja auch nicht ganz glatt ist. Also wir brauchen keinen Spachtel oder anderes Werkzeug. Sollte das Loch zu groß sein, dann arbeite in zwei Gängen. Einmal das Loch füllen und beim zweiten Mal modellieren. Wenn das Ganze dann durchgetrocknet ist, brauchen wir nur noch unsere Farbe, streichen das Ganze über. Ja und wie du siehst, siehst du nichts, das hässliche Loch ist verschwunden und somit unsere Wand wieder schick. Bis dahin. car